Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird gezeigt, wie Sie Ihr Kennwort oder Muster unter Android zurücksetzen. Wenn Sie das unter Android festgelegte Kennwort oder Muster vergessen, ist dies kein Grund zu Panik. Der Zugriff auf Ihr Smartphone kann schnell und einfach wieder aufgenommen werden. Darüber hinaus gibt es verschiedene Möglichkeiten, um die Sperre zu entfernen. Los geht's! Eins zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem, beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die erste einfachste und wahrscheinlich korrekteste Methode zum Zurücksetzen Ihres Android-Kennwortes oder Musters besteht darin, die Details zu des Google-Kontes einzugeben, mit dem Ihr Smartphone oder Tablet synchronisiert ist. Um die Sperre aufzuheben, geben Sie einfach die E-Mail-Adresse und das Passwort ein. Geben Sie dazu den Muster-Schlüssel mindestens fünfmal falsch ein, bis ein Fenster mit der Warnung angezeigt wird, dass das Gerät für 60 Sekunden blockiert werden soll. Auf dem Bildschirm wird die Schaltfläche »Grafik-Schlüssel vergessen« angezeigt, mit der Sie auswählen können, welche Daten Sie eingeben und das Gerät entsperren möchten. Bitte beachten Sie, dass für diese Methode ein obligatorischer Zugang zum Internet, Mobil oder Plan erforderlich ist. Wenn Sie das Passwort für das gewünschte Konto vergessen haben, können Sie es mit Hilfe einer der im Video ausführlich beschriebenen Methode über den Link in der Beschreibung herausfinden oder knacken. Die zweite Methode eignet sich für fortgeschrittene Benutzer, da das Gerät an einen PC angeschlossen und die Befehlszeile und das ADB-Tool verwendet werden. ADB ist Teil des Android SDK. Um ADB auf Ihrem Computer zu installieren, müssen Sie das SDK von der offiziellen Webseite herunterladen. Wir machen dafür folgende Schritte. Wir gehen zur Webseite developer-android.com. Ich hinterlasse einen Link zu dieser Seite in der Beschreibung. Laden Sie Android Studio herunter, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken und installieren Sie es. Das Android SDK zu dem ADB gehört, das Teil von Android Studio. Bisher konnte es separat installiert werden, jetzt nicht. Führen Sie das Tool nach der Installation aus und warten Sie, bis der Download der fälligen Komponenten und deren Installation auf dem PC abgeschlossen ist. Es wird einige Zeit dauern. Wechseln Sie nun in den Ordner auf der Festplatte C, Users, Username, AppData. Der Ordner ist standardmäßig ausgeblendet. Local Android SDK Platform Tools. Die Datei ADB.exe ist das von uns benötigte ADB-Tool. Weiter. Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Computer. Beachten Sie das, USB Debugging muss auf Ihrem Gerät aktiviert sein. Normalerweise können Sie dieses Element auf Android, Telefon und Tablet aktivieren, wenn Sie das Gerät an einen Computer anschließen. Führen Sie die Befehlsteile als Windows-Stator aus, wechseln Sie dazu einen Ordner mit der Datei adb.exe.c.dc.benutzer.windows.ebpdata.local.android.sdk.plattformtools. Befehl eingeben ADB-Services. Infolgedessen sollte Ihr Android-Gerät mit dem Status-Gerät oder Autorisiert angezeigt werden. Wenn der Status nicht autorisiert ist, bedeutet dies, dass das USB Debugging auf Ihrem Gerät höchstwahrscheinlich nicht aktiviert ist. Streinen Sie in diesem Fall die Verbindung zum PC und stellen Sie die Verbindung wieder her. Wenn Sie auch gefordert werden, das Debugging über USB zu aktivieren, bestätigen Sie dies. Wenn nicht, ist das USB Debugging auf diesem Gerät nicht aktiviert und das Zurücksetzen des Scan-Words oder des Grafikstösses mit Hilfe von ADB schlägt fällt. Daher können Sie mit der nächsten Matur fortfahren. Geben Sie nach Bestätigung der aktiven USB Debugging Funktion die folgenden Befehle ein. eine Befehlszahle ein. adbshell su rmdatasystemlogsettings.db rmdatasystemlogsettings.db strichwahl rmdatasystemlogsettings.db strichwahl rmdatasystemlogsettings.db strich shl Reboot Nach Eingabe des Neustartsbefehls wird Ihr Smartphone oder Tablett neu gestartet und der Neustart erfolgt bereits mit dem Zurücksetzen und nicht festgelegten Kennwort oder Musterschlüssel. Was wird zurückgesetzt? Außerdem werden alle Dateien und installierten Programmen gespeichert. Die dritte Möglichkeit besteht darin, das gesperrte Gerät auf die Werk-Einstellungen zurückzusetzen oder ein Hard-Reset durchzuführen. Schalten Sie das so einfach in Ihr Smartphone oder Tablett aus. Halten Sie dann eine bestimmte Tastenkombination gedrückt, die für verschiedene Geräte unterschiedlich ist. Wählen Sie im Menü den Punkt Vibedata Factory Reset. Ein sehr detailliertes Video, wie man ein Hard-Reset durchführt, ist bereits auf unserem Kanal. Sieh den Link in der Beschreibung. Beachten Sie jedoch, dass bei Verwendung alle Daten aus dem internen Speicher des Android-Geräts gelöscht werden. Dies sind installierte Anwendungen, verknüpfte Konten, SMS und so weiter. Nur Fotos, Audio-Dateien und andere Dateien auf der Speicherkarte bleiben unberührt. Der vierte Weg. Verwendung von Google Find Your Device. Bei dieser Methode handelt es sich um den gleichen Hard-Reset, nur ohne Tastenkombination jeder von Ihrem Google-Konto aus, das an das Gerät gebunden ist. Dafür machen wir folgende Schritte. Wechseln Sie zur Tool-Seite Mein Gerät suchen von Google. Link in der Beschreibung. Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an. Wenn Sie das Passwort für das erforderliche Google-Konto vergessen haben und nicht auf das Google Find Your Device Tool reifen können, können Sie es mit Hilfe einer der im Video ausgeführlich beschriebene Methoden über den Link in der Beschreibung erkennen oder knacken. Alle an dieses Konto gebundene Geräte werden hier angezeigt. Wählen Sie eine aus, wenn mehrere vorhanden sind. Und wählen Sie dann löschen, Daten löschen, löschen. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit internen Verbindungen, falls keine Verbindung besteht, wird es auf den Werkzustand zurückgesetzt. Das Passwort oder der Schlüssel wird ebenfalls zurückgesetzt und der Zugriff wiederhergestellt. Denken Sie daran, dass alle Daten von ihm auch gelöscht werden. Wenn Sie ein Samsung-Gerät verwenden, ist die fünfte Methode die richtig für Sie. Besitzer von Smartphones einer beliebten Marke können das Gerät entsperren, wenn das Internet aktiviert ist und ein Samsung-Konto hinzugefügt wurde. Samsung hat einen eigenen Dienst namens Find Phone. Ich hinterlasse einen Link dazu in der Beschreibung. Um es zu verwenden, muss Ihr Gerät mit einem Samsung-Konto verbunden sein. Auch die Fernbedienungsfunktion ist aktiv. So setzen Sie Ihr Samsung-Gerät zurück. Gehen Sie auf die Samsung Service-Seite Find Your Phone und wählen Sie Login. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die bei der Registrierung angegeben wurden. Sie können übrigens auch wiederhergestellt werden, wenn Sie das Passwort für Ihr Google-Konto vergessen oder gehackt haben. Das rechte Feld zeigt den Status Ihres angeschlossenen Geräts an. Wählen Sie Entsperren. Entsperren Sie erneut. Geben Sie Ihr Konto-Passwort erneut ein. Nach der Synchronisierung während der ersten Internetverbindung wird das Kennwort oder der Musterschlüssel vom Gerät zurückgesetzt. Außerdem werden alle Daten gespeichert. Natürlich sind es nicht alle Möglichkeiten, um das Passwort oder das Muster eines Android-Geräts zurückzusetzen. Es gibt andere, wie zum Beispiel Firmware des Geräts, Löschen von Schlüsseldateien, Gastro.key oder Passwort-key, sowie durch TWRP-Recovery und so weiter. Aber Sie müssen sich auf jeden einzelnen beschränken. Das ist alles. Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Wenn dieses Video nützlich war, stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.